ja heute wollte ich euch mal zeigen was das experiment macht nach einer woche das sind schon die gurken das ist mega die tomaten die wollten nicht so richtig aber langsam kommen die auch und wenn die gleich ein bisschen größer sind setzen wir die jeweils hier hin ins gewächshaus und dann bin ich mal gespannt was denkt ihr kommt da was oder wird das experiment nix